Musik 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 Jetzt kommt die erste Luft raus Was ist denn mit dir? Du trinkst gar nicht! Wer ist bei mir angekommen, der Rübs? Morgen da draußen Es gibt diese schöne Challenge von Excel, diese Müller-Milch-Challenge Ich habe jetzt extra noch einen Kamera-Fromi organisiert Falls ich wirklich nachher, wie gesagt, Glatzko hat ja das Video auch gemacht Er hat mich herausgefordert Und auch ich werde jemanden nominieren Und zwar auf jeden Fall als aller allererstes den Odi Den verlinke ich euch auf jeden Fall mal unten in meiner Beschreibung Da könnt ihr gucken dann, sobald sein Video online kommt Könnt ihr gucken, wie er es gemacht hat Wie viel er geschafft hat Ich verlinke das Video unten auch drinnen von ihm Ich will dazu nicht so viel sagen, wie weit er gekommen ist Aber ich habe mir auf Sicherheit schon mal das hier besorgt Noch einmal, ne? Man weiß es ja doch nie Und ein Glas Weil ich werde ganz bestimmt nicht hier den Rest da austropfen lassen Wenn ich hier rindkippe und sehe da, dass es leer ist Ja, wir haben hier, wie gesagt, neun Flaschen Vielleicht kann ich ja den Rekord knacken Wir haben fünfmal Schokolade Einmal, da verkaut es mir jetzt schon, Banane Und dreimal Erdbeere Warum? Weil einfach nicht anders mehr hier ab Weil sie erst früh einkaufen müssen So, ja, machen wir erstmal alle O, würde ich sagen Oder machen wir einzeln O, was meinst du? Keine Ahnung, würdest du es in 10 Minuten machen? Das ist mir scheißegal, ob es 10 Minuten Video oder 15 Minuten dauert Oder nur 7 Minuten Ja, alle sagen, ein wird total den Flau im Magen Und ich kann mir gar nicht vorstellen Ich hätte mal schütteln sollen Oh, da habe ich letztes Mal Müller mich getrunken Das ist ein bisschen her, ne? So, nicht lange reden, ne? Nummer 1 Alle? Platziert nicht Habe ich was im Bad? Ja, ist halt so, ne? Ich hab ja nur mal im Bad Du brauchst sie Mach nicht Wenn das Handy wackelt, muss ich lachen Ja Du musst stillstehen dabei oder sitzen Ja Bis jetzt muss ich sagen, alles easy Also wenn wir wirklich neune schaffen sollten Reden wir von 3,6 Kilo Milch Oder Liter Milch in mir drin Milch ist ja auch ein bisschen schwerer als Wasser Blabla Kein Mu, schade Vielleicht haben wir ja Glück, man kommt noch ein Mu Ich meine 50.000 Euro, wäre natürlich geil Nummer 2 Ahja, ins Auge rein So, let's go Nummer 2 Oh, mein Bad ist eh Wartet mal Das habe ich immer parat, weil ich Schnupfen habe, die bei dir vielleicht denken mögt So So Alles noch gut bis jetzt Ne, man merkt mal nichts, ich habe hier eine Fingernägel Ich bin zu schwach Ach jetzt Ach ne, ich schüttel Also jetzt hat Glatzko schon geschluckt Wir dürfen nicht zu viel spoilern Wir dürfen nicht zu viel spoilern Guckt euch das Video selber an Ihr seid verlinkt da unten Das war kein Mu Der Schaum ist wieder Ich bin bereit Nummer 3 Also bis jetzt hatte Exel mich auch schon bei der dritten gesagt, boah, ich habe Bausschmerzen Doch jetzt 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 Merge ich was Ach komm, 6 schaffe ich auf jeden Fall Ich muss ja mal heute noch Klopapier hochbringen, wa? Wieso? Das ist bloß noch eine Rolle Was? Ja, hier, das hier habe ich sowas Ja, so 10 Sekunden dazwischen, äh, interessiert mich nicht Ich mache es hier relativ fix Jetzt kommt die erste, die erste Luft raus Was ist denn mit dir? Du trinkst gar nicht Wer ist bei mir angekommen, der rübsch? Ähm, Nummer 4 Ach, die Spucke ist so Tick Ne? Uhhh Das hätte ich jetzt nie sehen sollen Das demotiviert Oh, das sah ja aus wie so ein Ja, ich sage jetzt nichts, ne? Ich bin doch ganz gut dabei noch, ne? Ach, brrrr Kaffee Ach, jetzt ist gerade volle Sockenziarette Noch geht's ja, aber danach kommt Bananen und Erdbeeren Oh, ich kotze jetzt schon, wenn ich daran denke Pfff Ach Kommen wir jetzt hier an Mu, Alter Habe ich schon geschüttelt? Jetzt gerade, jetzt ja Ach Ich habe wieder kein Mü Nummer 5 Luft? Ne Ach Ach Ich guck jetzt auch nicht hin, wenn ich das nicht wieder sehen muss Kommt zu viel Luft mit rein Alter 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 Verwalter Ich bin ja schon wieder, ne? Führe ich ja hier In der Müller Milch Challenge YouTube Szene Erdbeeren Oh, ey Ich habe da kein Bock drauf, ne? Auf Erdbeeren, äh Mal riechen Nicht riechen, trinken Ja Ja Das wird so eklig, jetzt, ne? Sechs geschafft Das hätte ich mir gedacht, mit Abbeeren Samst, ist das so, boah Das sieht auch motiviert aus Das sieht auch motiviert aus Geht noch Na, musst du mal aufstehen? Kurz runterlaufen lassen? Oh mein Gott Ich mach nur eine, eine mehr Und das reicht Dann ist noch Luft für andere, die können dann versuchen zu knacken Aber ich Ich hab den Vorteil, ich bin älter, mein Magen hab schon genug Scheiße Daher geht er vielleicht auch ein bisschen fixer bei mir Oh, jetzt wird er langsam warm Ja, schuldig Na ja, wenn man zu viel Pausen macht zwischendurch, kann der Magen das schon verarbeiten Ja, ich weiß Das hängt mich hier oben irgendwo, statt da unten Kommt gerade ein bisschen höher hier Oh mein Gott Ne, was ist das? Alter, mein Bauch, Leute Boah Halt er nicht so hoch Ich würd gern rübsen Ich hab Angst, dass dann mehr zur Luft kommt Warte mal, wenn ich ne halbe trinke, fühle ich doch in halben, ne? Wenn ich nur einen Schub trinke, hab ich auch schon, fühle ich auch schon Boah Da ist Platz für ne halbe Flasche Wie wir haben das denn vor Excel gemacht? Keine Ahnung Ich weiß nur von drei Ne, von zwei Einer gekotzt Und ein älterer er hat's irgendwie geschafft, aber da kam keine Reaktion, was danach passiert ist Kommt hier übrigens, was wird passieren sollte, Alter, mir wird's so schwindelig, ne? Saug Saug aber machen wollte man nicht mein resümee ist ich mache es nicht mehr die zwei verteile ich auf meine kinder ja zehn minuten maximal was das video hier auf dem handy also noch mal resümee ist ich mache es nicht noch mal mein bauch alter aber ich habe sie schafft willst du noch jemanden nominieren ach so ja genau ich nominiere die pfeife glatzke nochmal mit seinen drei flaschen da geht er mal ja nicht ich kriege ein baby wird ein arschgebot ja ich nominiere glatzke auf jeden fall noch mal weiter so was pussyhaft das geht nicht man sieht zu dass du sechs flaschen trinkst oder acht um mich zu schlagen und ich nominiere noch mal axel der kann ja ordentlich was wegsuffeln dann soll er mal jetzt hier acht trinken und nominieren nummer drei ja das nicht willst du kamera frau na fällt jetzt keiner ein natrixer ja das gute idee danke kamera frau nominiere ich vier leute einmal die natrixer und einmal den sargos also sie zu dass ihr das hier nach macht nehmt die challenge an und wenn nicht seid ihr pussys ciao ja also ist jetzt ungefähr zehn minuten her man sieht es mir an es sind ja das spuren es geht es will weder hinten noch vorne raus oben 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 schon eher also mich braucht keiner noch mal nominieren ich habe sie schafft noch mal will ich nicht machen weil der magen wird so gedehnt und deswegen fühlt man sich auch so scheiße dabei wenn man darf nicht rülpsen weil dann kommt die milch automatisch hoch weil gesagt er ist an voll dem magen aber ich muss sagen es wird drinnen bleiben vermutlich ganz stark also ich habe kein gefühl dass das heute noch irgendwie großartig rauskommen wird der magen arbeitet jetzt ich werde mich ein bisschen ausruhen jetzt und dann der video schneiden also bis jetzt alles easy peasy so ich bin noch mal da ganz kurz mit einem feedback also nach circa 40 minuten hat es doch ganz schön hier rumpelt im bauch bin dann auf klo habt ihr meine ersten 20 minuten verbracht habe ich noch nicht erlebt also doch einmal da war ich aber sehr sehr krank aber was ich da dann erlebt habe zweitemal in meinem leben in meinen ganzen jahren nein ich bin dann nachdem ich drauf auf dem klo und ich fülle stunde mich hingelegt ein bisschen aus kuriert weil der magen hat so rebelliert ne heftig wirklich macht das alles nur auf jeden fall wenn ihr wisst dass den harten bauch habt also der wird ab kann ansonsten werdet ihr euch auf jeden fall übergeben also hinten sieht er ja noch da der ist moment wartet leer da ist nichts also ich habe nicht gekotzt oder so aber wie gesagt ich habe ordentlich mit meinem lkw hinten abgeladen zum zweiten mal war ich auch noch mal auf klo zehn minuten und ich kann sagen über zwei kilo sind dann mal abgeladen worden mir geht es aber prächtig mir jetzt gut ich habe ein bisschen magenschmerzen ich denke mal weil die bauchdecke so gedehnt wurde habt ihr gesehen die riesen kugel das war ja unnormal macht es nur nach wenn er wirklich wisst dass ihr da nicht so ein Pinti seid in der magengegend und